Es war klar, dass wir gestern Abend natürlich auch noch länger gesessen haben, beziehungsweise auch, glaube ich, jeder 05, der sich Gedanken gemacht hat, wie geht es weiter. In dem Sinne natürlich, dass wir alle enttäuscht waren, dass wir nach der 0-8-Niederlage in Leipzig natürlich auf eine andere Reaktion auch gewartet hätten. Ich glaube, es hat jeden beschäftigt, jeder ist mit vielen, vielen Dingen im Kopf nach Hause gefahren. Bei uns war es übrigens genauso. Und es ist ja klar, dass wir immer gesagt haben, der Verein steht über allem, wir hinterfragen uns absolut. Und von daher war es wichtig, auch da die Köpfe zusammenzustecken, einfach auch Finger in die Wunde zu legen. Und oftmals ist es dann wichtig, nach einer gewissen Analyse, aber auch dann A, nach Hause zu fahren, B, zu schlafen, um dann einfach morgens mit dem Gefühl aufzuwachen. Morgen hat es dann weiter mit Sandro, mit dem Cheftrainer, in meiner Wenigkeit, haben wir das Gespräch klar fortgesetzt, beziehungsweise weiter analysiert, die Situation betrachtet und im Sinne des Vereins auch Dinge zu entwickeln. Und was gibt es für Lösungsmöglichkeiten, was können wir tun, was können wir machen. Und da ist einfach auch ein Gefühl entstanden, dass es einfach in der Form dann nicht mehr weitergeht, dass wir etwas Neues machen möchten im Sinne des Vereins. Und natürlich ein hoch-emotionales Gespräch, weil man gemerkt hat, dass natürlich beide im Sinne des Vereins wirklich durch dick und dünn gehen und auch schon gegangen sind und das natürlich nicht leicht fällt. Das ist ja vollkommen klar. Und trotz allem war es so, dass wir für die Sache einfach entschieden haben, es nicht zu tun, weil ich glaube schon, dass es jetzt dahingehend einfach an der Zeit ist, einfach aufzurütteln. Sandro hat diesen Verein gelebt, geliebt, seine Spieler gelebt, geliebt, hat mit seinem Fachwissen, mit seiner Akribie, Emotionalität, alles für diesen Verein wirklich bis zum Schluss gegeben. Das kann man nicht hoch genug betrachten und unterstreichen und habe ich nochmal ganz klar und auch deutlich gemacht, dass es eine Niederlage für uns ist. Das ist immer leider, wirklich leider, keiner hat sich das gewünscht, dass dieser Ausweg, den wir gemeinschaftlich gesehen haben. Und dass es einfach jeder auf seinem Revier heften hat, genau wie ich persönlich auch, wie jeder andere auch. Das muss man genauso sehen und dass man es jetzt einfach an der Zeit ist, es einfach besser zu machen, auch im Sinne des Vereins. Und da ist jeder gefragt und dass man hätte eine andere Antwort geben können am gestrigen Tage. Und Sandro hat sich dann auch nochmal von der Mannschaft dann auch emotional verabschiedet und zeigt einfach, was für ein hausragender Typ und Mensch er ist, Charakter. Und ja, das ist ein bitterer Moment. Ist es so, dass wir natürlich intensive Gespräche weitergeführt haben, dass ich persönlich auch mit allen schon mal gesprochen habe, Co-Trainern. Aber was wir sagen können, ist, dass der Jan Motslichte bis auf weiteres jetzt die Mannschaft betreuen wird. Alles andere muss man dann auch mal sacken lassen. Ist ja vollkommen normal für viele jetzt einfach ein Szenario, was sie jetzt am Morgenstunden abgespielt hat. Und es ist wichtig jetzt, dass die 05er nach vorne gucken. Das wünsche ich Sandro genauso, dass wir nach vorne gucken, dass wir kämpfen, alle im Sinne der Sache. Und wirklich als Einheit und Gemeinsamkeit nach vorne gucken. Und das gilt es jetzt zu tun. Und von daher, das ist zu sagen. Jan Motslichte bis auf weiteres. Und jetzt ist heute auch die Suche nach einem neuen Cheftrainer.